Hallo meine Freunde, jetzt auch wieder hier mit... ...MARIO! Und, was hab ich letztes Mal gesagt? Wir machen... Was sind wir hier? Wir suchen den Geheimenausgang. Woher und... Ich hasse... Was? Und ich hasse diese Viecher. Ah! Ich hab sie im Original-Mario gehasst. Ich hasse sie hier auch. Hab ich hier auch eine vernünftige Begrüßung gemacht? Ah, scheiß Gedächtnis. Egal, ich spiele heute wieder Mario! Und ich such das Schlüsselloch. Tadadadadadadada! Er ist wach! Ich mag's nicht, wenn ihr wach seid. Ich bin da, das ist hier unten irgendwo. Komm! So... So... Da ist die Mitte... Ah, so ist es gut, dass ich groß bin. Ich suche das Schlüsselloch. Zum Geier? Hier oben ist nix. Hier oben ist auch nix. Oder ist es da... Warte, etwa... Ist es da unten? Hab ich letztes Mal gesagt, das ist wahrscheinlich eine Falle. Ist auch nix. Wo ist das verfickte Schlüsselloch? Auch wenn ich da durchgehe, bin ich... Am Ziel. Ne? Moment mal kurz mal... Ich möchte nur gucken... Hier ist ja das... Hm... Was? Moment! What the fuck! Was war das? Was soll ich denn da hinkommen? Mit so einem hier? Moment! Leck mich dafür! Neh mich kein Leben im Kauf! Was soll ich denn da hinkommen? Was soll ich denn da hinkommen? Ist hier irgendwo... Hä? Was zum... Bleib du mal hier! Komm du mal mit! Boom... Toll! Wie... Hm... Du bist zu... Wie soll ich... Was machen? Ich weiß es grad nicht. Geht das, wenn ich den Schlüssel einfach reinklicke? Nein, dann sterbe ich. Oh. Nein, das bringt nichts. Nein. Was zum? Was will der von mir? Hier oben ist das Ziel. Oder soll ich... Moment. Moment. Wo ist der zweite von euch? Tschüss. Was zum? Hier kommst nicht wieder. Leck mich. Geh weg. Ich muss hier einfach nur um Anlauf nehmen. So... Ich würd mal sagen, das ist ne gute Idee. Ups, jetzt bin ich zwei auf die... Low-Taste gekommen. Komm her. Oh, Safe-State. Weil da bin ich nicht bereit für so viele. Was zum? Wie soll ich das machen? Oder soll ich... Ah, ich glaub ich weiß, was ich machen soll. Moment. Nein, das ist ja nicht gesprungen. Ah, spring! Na, ich glaub... Ich glaub, ich bin auf dem richtigen Weg. Ah... Jawoll! So geht das! Also, das nutze ich Safe-States für so einen Scheiß! Ah, was war das? Sowas hatten wir noch nicht. Gut. Was haben wir hier wieder? Vormatorzeiten. Cool. Wir kriegen... ...einen Game Yoshi! Ich möcht' den Game Yoshi! Ich... 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 Ich möchte Fehler... Und ich möchte... Na, komm. Ja, das möchte ich auch. Und... Was zum... Was ist mit Yoshi los, wenn ich mich drehe? Hui! Ich hab Yoshi geköpft. Cool. Egal. Weg hier. Ja! Okay! Haben wir... ...das auch geschafft! Ah, was für ein Scheiß. Okay, das nächste Level... Legsides streamt zu... 4! 4, stimmt! Ich bin schon bei 4! Iiiiihiiiihihhh... ...Iiiiihihihihihihiiihihihihihi... will ich nicht... Ich hab' einen Fehler als Ersatz, das ist... Was zum... Ich kann euch nicht fressen. Okay! Heheh heheh heheh... Scheiß auf Yoshi! Ach, da schreckt du auf den Pilz! Fress! Dööööööööööööö... Lalalala... ... lalalalala... ... lehmtake—— ... vorsuin... Feder... Feder... ... er bringt mir zu nix... ... aber... ... die Blumen haben... ... Club... Wo gehst du hin? Wo gehst du oben rein? Ach, ich... Cool! Sieht geil aus... Ich werde meine Yoshi behalten! Waaah, bringt mich nichts, weil ich die Ersten hierher be- D-d-d-d-d... aaaaah, mein Schädel zu reden... Noo... 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 Yoshi kriegt hier richtig Futter von mir! Ups... Mittelpunkt die E. und die Erschieden über Bühne Prozent Kopfschlossen war und dann kommen diese Ringe hier bekannt vor und war zu wie das Platz auf dem Schirm nur ruhig neben Bohr nur noch über den Weg besiegt sich in Zeitgruppe sie haben die Matrix verändert und gut gut geht es erst Nio Mario wo nur Popo okay das Level ist ziemlich leben wenn man den Yoshi hat, ganz ehrlich deck mich Münze kein Bock zu warten du 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 ich geh hier oben lang sie sind da unten eigentlich lass gucken das Boden wohooo du 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 das ist das Ziel, da muss ich mir ganz hoch nein 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 ganz weit rum ganz weit rum ganz weit rum ganz weit rum da ungefähr 30 was da unten war die letzte Münze was soll das denn okay 30 und ich habe immer noch nicht die Vorspultaste belegt oh yeah ich habe überhaupt nicht auf die Zeit geachtet wie viel Zeit hatte ich eigentlich noch ja wir machen ein ein was hat das nochmal zu bedeuten war das ein Schiebelevel oder ein riesengroßes Level leck mich kein Yoshi wow 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 Bullet Bill oh yeah okay jetzt fängt das Spiel an interessant zu werden requesting wo 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 bullet Bill ist unter Wasser sind nicht nett jetzt fängt das Spiel lange an stimmt stirbt stirbt sterbt alle Ich bin schon mal so geplant, aber das war so klein... Weil ich so Lyn just weist... ...nach ich noch mal. Wenn du dich auf den Kopf bist, die sind ganz nett... Ich will dich in der Videobeschreibung... Ich will mich nicht mehr in den Schreibhausen suchen ... ... aber dass du was an den Schreibmisten für dich aufwachsen hast... ... das ist bisher powiedziałeide... ... alles sehr sehr liegt. Einmal klicken! Oh, was? Veränderungs planen... Ich bin wirklich bei einer Schreib-risch-imperte! Ahhhh... Ahhhh... Jaaaa... Was... Was ist das? Was ist da hinten ein... Was ist das? Ist das da hinten ein... Das kenn ich auch aus nem Heck. Ist hier irgendwas? Kann hier irgendwas aufheben? Was ist das? Warum sieht das so komisch aus? Ach Moment, das soll ein Maul darstellen! Ach du Scheiße! Wo bist du? Da bist du! Blöder Virus! Stirb-Virus! Nein! Ich bin dort! Scheiße, ich stell mich aber auch doof an! Okay, ähm... Das Level will ich... Definitiv groß machen und mit... Und mit nem Ding! Du, du, und los geht's! Na, nimm mir heute ein! Wo, wo! Mein Leben nicht mehr auch noch mit! Wo, wo, wo! Und aus hier! Yep! Du, 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 du,... Komm, lauf schneller, Mario... Mario... Mario, Mario, Mario... Go Mario! Was ist das? die geringer ist das bohr aus 3 zu vieles 2 also auf dem schirm es geht zu ja um wo 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 mit mich der glähtlich der gläht mich ... ... und jetzt bin ich so reingegang... ja kein Joshi, aber ich kümm' erst ne Röhre raus... ... ja... tup tup... ... wo 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 wo... ... runter... ... hoch... Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Das war knapp. Hey, der Fuzzy ist mal ganz viel verschoben. Bist du den jetzt aufgeholt? Oh, boh, 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 boh! Wie habe ich den jetzt erwischt? Egal, ich habe ihn erwischt! Wehe, level geschafft! Juhu. Oh, da hieß es nur Level mit Bosskampf. Keine Ahnung.